Hallo meine lieben Freunde, ich begrüße Sie hier bei mir wieder im Studio in Lüneburg und freue mich heute mit Ihnen eine neue Folge zum Thema Lernorganisation, Übertragen des Grow-Resource-Managements aus der Luftfahrt in die Lernorganisation zu behandeln. Sie wissen, dass ich hier in diesem Kanal das sozusagen als Kernthema habe und neben dem fliegerischen auch immer wieder natürlich solche Themen anspreche. Heute möchte ich mich mal mit dem Thema Management und Führung beschäftigen und zwar unter einem Aspekt, der wenig beleuchtet wird, nämlich was ist denn eigentlich der Unterschied und möchte Ihnen das auch an einem Beispiel einmal erläutern. Warum ist das so wichtig? In Zeiten der schnellen Veränderung und der bewegen wir uns, benötigen wir eine andere Form von Führung als die, die wir im Management kennen, also im Managen von Dingen kennen. Management ist auch ein oder gehört auch zur Führung, es ist auch ein Teil von Führung, aber es ist nicht die Führung, die wir in Unternehmen an oberster Stelle benötigen, die entsprechend das Unternehmen vor der Existenzkrise schützt, in Zeiten schnellen Veränderungen oder in Krisen, in denen wir uns jetzt bewegen. Und solche Zeiten gibt es immer mal wieder, denn wir haben so Zyklen in diesem Ganzen. Wir haben mal Phasen, da läuft das relativ stabil, wie zwischen 2008 und 2020. Und wir haben Phasen, da läuft das nicht so rund. Das ist jetzt wieder der Fall. Ab dem Jahr 2020 begonnen mit der Corona-Pandemie, jetzt in diesen Multikrisen, in der Neuordnung der Weltpolitik mal wieder. So was hatten wir immer mal wieder in den 80er Jahren. Wir hatten es in den Mitte der 90er Jahre, wir hatten also als Folge der auch Veränderung der Weltordnung. Und wir hatten es kurz mal, als die Immobilienkrise war. Aber das war wirklich nur ein kurzes Aufflammen. Aber danach war eben relativ lange Stabilität. Gehen wir aufs Thema ein und dazu blende ich einmal meine Präsentation ein, die ich dafür vorbereitet habe. Die sehen Sie jetzt. Und da bin ich mal aus dem Bild heraus. Vom Manager zur Führungskraft. Was bedeutet das? Wo endet das Management? Wo beginnt die Führung? Und das ist auch ein Teil der Lernorganisation. Denn zur Lernorganisation gehört auch Führung. Da gehört nicht nur Management. Also Führung im Sinne von, wohin geht eigentlich der Weg? Und damit man das besser sichtbar macht, ich habe ja meinen Freund Stephen Covey, der das in den 90er Jahren oder in den späten 90er Jahren schon einmal beschrieben hat. Und da habe ich das erste Mal gelesen, eine schöne Definition von dem Unterschied zwischen Management und Führung. Führung. Management ist, wenn man Dinge richtig macht und Führung ist, wenn man die richtigen Dinge tut. Und genau das möchte ich Ihnen jetzt an einer kleinen Geschichte einmal erläutern, was damit gemeint ist. Stellen Sie sich Folgendes vor. Es ist eine Dorfgemeinschaft, eine kleine Gruppe von Menschen. Die lebt seit vielen Jahren in ihrer Umgebung, dort in einem Gebiet vor einem Wald, relativ karg und spartanisch. Das heißt, sie lebt unter relativ ärmlichen Verhältnissen. Sie hat nur Ziegenmilch und ein paar Ziegen. Da gibt es keine Fälle, mit denen man handeln kann. Es gibt kein Fleisch außer Ziegenfleisch. Es gibt nichts Wärmendes im Winter. Und so entwickelt sich diese Gesellschaft auch nicht groß weiter. Sie hat also den ganzen Tag eigentlich mit dem eigenen Überleben zu tun und keine Zeit mehr, sich irgendwie nach vorne zu entwickeln. Und da passiert eines Tages Folgendes. Und das ist mehr oder weniger Zufall, dass sie das entdeckt. Es kommen auf einmal aus diesem Wald ein paar Rinder und ein paar Schafe hervor. Immer mal wieder so vereinzelt. Und dann kommt man auf die Idee, die mal zu erlegen. Und schon hat man Fleisch, man hat Leder, man hat Schafsfell und kann sich auch im Winter besser aufstellen, kann Vorräte anlegen. Und der gesamte Lebensstandard dieser Gruppe, dieser Dorfgemeinschaft, dieser Gesellschaft steigt. Und denen geht es immer besser und es wird auch, dadurch wächst auch diese Gruppe von Menschen, dieser Dorfgemeinschaft oder Gesellschaft, je nachdem, wie man das benennt. Und man freut sich der Ding. Und irgendeiner kommt dann mal auf die Idee und sagt, lass uns doch mal gucken, was in dem Wald ist. Denn irgendwo müssen die Tiere hierher kommen. Und dann geht man in den Wald und findet tatsächlich dort mehrere von, oder eine noch größere Menge von Schafen und Rindern vor, die das Ganze dann noch ein bisschen komfortabler gestalten. Und man fängt an, die relativ willkürlich zu jagen. Bis dann ein paar höhere Mitglieder dieser Gesellschaft, die auch schon Führungsaufgaben, Managementaufgaben dort wahrgenommen haben, sagen, lass uns das noch mal ein bisschen besser organisieren. Lass uns mal die Technik verfeinern, wie wir das machen. Lass uns die Aufgaben etwas einteilen. Und dann teilen die eine Gruppe ein, die jagt nur. Die andere Gruppe transportiert nur die Tiere aus dem Wald und die andere Gruppe verarbeitet die. Und das Ganze wird verfeinert und immer besser organisiert. Und das läuft dann eigentlich recht gut. Und der Wohlstand in dieser Dorfgemeinschaft, in dieser Gesellschaft wächst. Und es geht denen immer besser und besser. Man kann auch ein bisschen was zurücklegen für schlechtere Zeiten etc. pp. Und dann gibt es natürlich auch einen Dorfältesten und Dorfführer dort. Und der sagt, du, zu der restlichen Gemeinschaft, lass mich doch mal auf den Baum klettern und gucken, was denn hinter dem Wald ist. Denn irgendwo müssen diese Tiere hierher kommen. Und dann sieht er erst mal, dass hinter dem Wald ein Wall ist, dass man da nicht durchgucken kann und nicht rüber gucken kann. Deswegen haben die auch bisher irgendwie nur diesen Wald wahrgenommen. Und wenn er noch ein bisschen höher klettert, dann merkt er, dass hinter diesem Wald eine große Wiese ist, wo diese Schafe und diese Rinder sich vermehren, wo noch mehr davon da ist. Und er sagt, aha, da kommen die also irgendwie her. Die laufen dann irgendwie entweder über diesen Wall oder hinten rum und dann sind die im Wald. Er klettert freudig runter und sagt zu seinen Managern, lass uns doch mal hinter den Wall gucken. Da sind noch viel mehr von diesen Tieren. Und vielleicht kann man da irgendwie noch etwas machen, um noch an mehr zu kommen und vielleicht damit Handel zu betreiben. Dann sagen die Manager, lass uns doch damit zufrieden. Wir sind doch hier gerade so gut dabei. Und du störst hier eigentlich nur mit deinen Ideen. Hilf lieber hier, die Tiere entsprechend zu erlegen und dass wir hier weiterkommen. Der ärgert sich ein bisschen und sagt, wozu habe ich das jetzt gemacht? Ich habe eigentlich hier neue Ideen reingebracht und man will diese Ideen gar nicht haben. Was ist los? Und dann gibt er erstmal auf und sagt, ja, lass, wir machen einfach weiter. Der Gruppe geht es wirklich gut. Irgendwann kommt der Manager, die Führungskraft, also der Dorfälteste nochmal auf die Idee, auf diesen Baum zu klettern und sieht ganz hinten dann einen Wolf auf dem Berg und sagt, oh, jetzt ist aber Gefahren verzucht. Denn wenn dieser Wolf runterkommt und die Tiere frisst, dann haben wir ein Problem. Und geht wieder runter und erzählt das einem Manager und sagt, wir müssen nun langsam mal was tun. Da hat sich was verändert. Also ich habe was gesehen, was nicht gut ist. Da ist ein Wolf in den Bergen und wenn der runterkommt und die Tiere angreift, dann haben wir keine Tiere. Und die Manager wieder, lass uns doch zufrieden. Hier läuft doch alles diese Gefahr. Existiert doch gar nicht und wir wollen uns damit jetzt nicht auseinandersetzen. Wir haben so viel zu tun, da haben wir jetzt auch gar keine Zeit für. Und der ist wieder etwas frustriert. Und ja, wie der vermutet hat, irgendwann kommt der Wolf nun runter und frisst tatsächlich aus dieser Weide eine Menge Schafe und eine Menge Rinder auf. Und in dem Wald ist aber noch alles in Ordnung, weil der Wolf geht nicht über diesen Wald hinaus und die Manager sagen, es ist alles bestens und alles ist in Ordnung. Und obwohl der Dorfälteste nochmal auf den Baum geklettert ist und gesagt, du Leute, da ist jetzt Handlungsbedarf. Wir müssen was tun, weil der Wolf frisst da Schafe von drin leint. Er sagt, ach, das wirkt sich doch hier auf dem Wald gar nicht auf. Lass uns in Ruhe. Wir haben überhaupt keine Zeit. Wir müssen uns hier um diesen Ablauf kümmern. Wir wollen das nicht. Wir können da jetzt keinen hinschicken und gucken. Und wieder ist der etwas frustriert und schmollt so ein bisschen vor sich hin und weiß nicht, was er machen soll. Von einigen Managern wird er sogar aufgefordert, sagen, kümmere dich hier lieber um die Arbeit, die da noch übrig bleibt. Da hast du genug zu tun. Da brauchst du nicht jedes Mal auf deinen Baum zu klettern. Er kriegt also noch Vorwürfe zu hören. Ja, und so wie es kommen musste, passiert noch etwas. Der klettert natürlich wieder auf seinen Baum, weil der kann das ja als Führungskraft nicht lassen, als Dorfältester. Der ist ja nicht umsonst Dorfältester geworden und sieht nun auch noch einen Nachbarwald. Und da sieht er eine Gruppe von Menschen, denen es auch sehr gut geht mit seinem Fernrohr. Und sagt, Mensch, irgendwie, und da ist ein Fluss und jetzt geht er wieder runter und sagt wieder zu seinem Managern, du, ich habe da im Nachbarwald eine Gruppe gesehen und die hat auch ein großes Areal und die hat einen Fluss und vielleicht ist die auch an diesen Tieren interessiert. Lass uns auch mit denen mal sprechen oder lass uns zumindest mal was unternehmen, dass wir uns hier unsere Quelle sichern. Und die haben, Manager, haben gesagt, ach, was du immer da siehst und das tut doch hier überhaupt nichts zur Sache. Wir haben doch hier unseren Wald und lass doch die anderen mal die anderen sein und das wollen wir hier gar nicht haben. Und er klettert wieder runter und kommt wieder nicht zum Zug. Die Manager wollen das eben nicht. Die wollen ihr Management machen. So, und eines schönen Tages passiert Folgendes. Der Wolf ist natürlich auch noch da und treibt da sein Unwesen, aber bisher nicht so, dass da wirklich ein merklicher Schaden entsteht. Es ist hier und da mal ein bisschen weniger Tier im Wald, aber das stört jetzt die Manager nicht so, weil die sagen, naja, sowas kommt halt mal vor, das kommt und geht. Aber irgendwann kommen die Gruppe, die im Nachbarwald sind und da leben auf die Idee, mit ihrem Boot auf den Fluss zu fahren, also ein Boot zu bauen und dann auf den Fluss zu fahren und da mal nachzugucken, was da los ist. Die sind nämlich ein bisschen agiler. Die lassen das nicht so einfach geschehen. Und die haben auch Tiere von dieser Wiese bisher genommen. Und das haben die einander gar nicht mitbekommen, weil die ja nur immer auf ihren Wald geguckt haben. So, und haben gesagt, wir müssen da mal nachgucken. Und dann fährt die andere Gruppe da also hin und macht Folgendes. Als erstes guckt sich das an und er legt den Wolf. Weil die sagt, der Wolf, der richtet ja hier noch Schaden an. Das bekommt aber die Gruppe 1 überhaupt nicht mit. Die Dorfgemeinschaft 1, weil die ja nur mit ihrem Management beschäftigt ist und mit dem Organisieren ihrer Tätigkeiten da in ihrem Wald, wo ja noch alles relativ in Ordnung ist. So, da hat es zwar Störungen auch gegeben und mal, wie gesagt, ein paar weniger Tiere, aber es ist alles ganz gut in Ordnung. So, und was macht jetzt diese Gruppe aus dem anderen Wald? Die sagt, hm, mit dieser Wiese und dem Berg da und den Wölfen, die da in dem Berg leben, ist das ja nicht so der Hit. Wir nehmen die Tiere mit und siedeln die zu uns um. Da können wir die besser bewachen und da können wir die besser züchten. Packt also die dann wieder angewachsenen Tiere, nachdem sie also den Wolf da immer wieder entfernt haben, ein und nimmt die mit zu sich. So, was passiert? In dem ersten Wald, wo die Tiere zuerst entdeckt worden sind von der Dorfgemeinschaft 1, sind die Tiere auf einmal weg. Und jetzt ist auf einmal gezetert worden. Die Manager sagen, oh, wir haben ja überhaupt nichts zu tun und die Führungskraft, wo ist die bitte schön? Und der Dorfälteste sagt, das habe ich euch darüber gesagt, dass da etwas ist. Ja, und groß Alarm, letztlich passiert Folgendes vor lauter Lamenti, keine Lösung, es sind wieder die Ziegen nur da, der Wohlstand schrumpft und irgendwann ist diese Gesellschaft wieder da, wo sie hergekommen ist. Oder sogar noch schlechter dran. Fazit ist, wenn man sich nur um seins kümmert, dann noch im falschen Wald zum falschen Zeitpunkt unterwegs ist, dann hat man irgendwann ein ganz gravierendes Problem. Und genau in dieser Situation, meine Damen und Herren, befinden wir uns. Nämlich, dass wir vor lauter täglicher Arbeit, vor lauter Management nicht mehr zum Führen kommen. Und das Fatale daran ist, dass es auch die Führungskräfte infiziert, das Management. Das heißt, Führungskräfte in unserem, speziell hier in Deutschland, neigen sehr zum Mikro-Management, aber auch in anderen westlichen Gesellschaften, wo starke Veränderungen stattfinden, wird in den oberen Führungskreisen sehr viel gemanagt anstatt geführt. Mikro-Management ist ja ein so Stichwort. Mikro-Management, das heißt, ich kümmere mich von ganz oben um Dinge ganz unten selbst. Man denkt immer, man ist der bessere operative Manager, weil man da ja vielleicht herkommt und vergisst vor lauter Management das Führen. Und wenn man dann irgendwann mal in dem falschen Wald steht, der anfangs vielleicht mal richtig war, aber dann ist es irgendwann der Falsche und erkennt nicht, wo der Richtige ist und wo man vielleicht mal sich hin orientieren muss, dann gefährdet das die eigene Existenz und gefährdet das den eigenen Wohlstand. Und jetzt werden Sie sagen, ja, wir fordern ja Innovation und wir wollen ja in unserem Unternehmen genau das auch fördern und wir begrüßen den Widerspruch, wir begrüßen das Querdenken, war ja mal auch so eine Zeit, nur das ist nicht die Wahrheit. Das ist alles nur Wortbekundung. Denn die Wahrheit ist, wenn Sie in einem größeren Unternehmen oder in einem großen auch Familienunternehmen sind oder in einem Konzern, dann kommen Sie nur ganz nach oben mit einer gesunden Portion Opportunismus. Das heißt, Sie müssen Dinge schönreden, die nicht schön sind. Sie müssen die Augen zumachen vor bestimmten Umständen und Sie müssen eigentlich ständig in einer falschen Welt existieren und sich geschmeidig verhalten. Und wenn Sie das nicht tun und in der Hierarchie unbequem werden, dann werden Sie da entsorgt. Das ist die Wahrheit. Und das ist auch das große Problem, was zwischen der Wirklichkeit und dem Wunschdenken klappt. Wir haben immer das Wunschdenken, dass wir den innovativen Mittelmanager haben, die innovative Führungskraft haben, die auch in mittleren Ebenen unbequem ist. Aber wenn die wirklich unbequem ist, will man die ja gar nicht haben. Das ist die Wahrheit, die leider in der Praxis stattfindet. Und das spricht sich im Mittelmanagement natürlich auch um. Und dann sagen die, dann managen wir lieber. Dann machen wir das, was man uns sagt. Wir gucken nicht links und gucken nicht rechts und behalten mal unsere Gedanken für uns und orientieren uns gegebenenfalls woanders hin. Und wenn es im Privatleben ist. Oder sagen, wir feiern einen Tag krank. Ja, mehr. Das ist dann die Realität. Und das ist fatal. Wir brauchen Führung. Und Führung, vor allem an der Spitze von Unternehmen, heißt, ich muss gucken, wo die Reise hingeht. Ich muss dem Unternehmen voraus sein. Und das ist wie im Cockpit für den guten Kapitän. Der gute Kapitän im Cockpit ist seinem Flugzeug immer voraus. Wenn das Flugzeug ihn einholt, also die Wirklichkeit ihn einholt oder überholt, ist er tot. Und seine ganzen Passagieren, Besatzungsmitglieder mit ihm. Und das ist in den Unternehmen nichts anderes. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ihr Thomas Fengler